Die Heilige und Unbefleckte Empfängnis Deinen heiligen Namen preisen Möge die ganze Erde Dein unbeflecktes Herz anrufen und Lob preisen Wir beten heute die leichtreiche Geheimnis vom Rosenkranz Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen Den Schöpfer des Himmels und der Erde Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn Empfangen durch den Heiligen Geist Geboren von der Jungfrau Maria Gelitten unter Pontius Pilatus Gekreuzigt, gestorben und begraben Hinabgestiegen in das Reich des Todes Am dritten Tage auferstanden von den Toten Aufgefahren in den Himmel Er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters Von dort wird er kommen Zu richten die Lebenden und die Toten Ich glaube an den Heiligen Geist Die heilige katholische Kirche Gemeinschaft der Heiligen Vergebung der Sünden Auferstehung der Toten Und das ewige Leben Amen Vater unser im Himmel Geheiliget werde dein Name Dein Reich komme Dein Wille geschehe Wie im Himmel so auf Erden Unser Herr Christus, ruge uns heute Und vergib uns unsere Schuld Wie auch wir vergeben unsere Schuldigen Und führe uns nicht in Versuchung Sondern erlöse uns von den Füßen Amen Gegrüßet seist du Maria Voll der Gnade Der Herr ist mit dir Du bist Gebenedeit unter den Frauen Und Gebenedeit ist die Frucht Deines Leibes, Jesus Der in uns den Glauben vermehre Heilige Maria Mutter Gottes Bitte für uns Sünder Jetzt und in der Stunde Unseres Todes Amen Gegrüßet seist du Maria Voll der Gnade Der Herr ist mit dir Du bist Gebenedeit unter den Frauen Und Gebenedeit ist die Frucht Deines Leibes, Jesus Der in uns die Hoffnung stärke Heilige Maria Mutter Gottes Bitte für uns Sünder Jetzt und in der Stunde Unseres Todes Amen Gegrüßet seist du Maria Voll der Gnade Der Herr ist mit dir Du bist Gebenedeit unter den Frauen Und Gebenedeit ist die Frucht Deines Leibes, Jesus Der in uns die Liebe entzünde Heilige Maria Mutter Gottes Bitte für uns Sünder Jetzt und in der Stunde Unseres Todes Amen Ehre sei dem Vater Und dem Sohn Und dem Heiligen Geist Wie im Anfang So auch jetzt Und alle Zeit Und in Ewigkeit Amen O mein Jesus Verzeih uns unsere Sünden Bewahre uns vor dem Feuer Der Hölle Führe alle Seelen In den Himmel Besonders jene Die deiner Barmherzigkeit Am meisten bedürfen Vater unser im Himmel Geheiliget werde dein Name Dein Reich komme Dein Wille geschehe Wie im Himmel So auf Erden Unser Teppich Seist du Maria Voll der Gnade Der Herr ist mit dir Du bist Gebenedeit unter den Frauen Und Gebenedeit ist die Frucht Deines Leibes Jesus Der von Johannes Getauft worden ist Heilige Maria Mutter Gottes Gegrüsset seist du Maria Voll der Gnade Der Herr ist mit dir Du bist Gebenedeit unter den Frauen Und Gebenedeit ist die Frucht Deines Leibes Jesus Der von Johannes Getauft worden ist Heilige Maria Mutter Gottes Bitte für uns Sünder Jetzt und in der Stunde Unseres Todes Amen Gegrüsset seist du Maria Voll der Gnade Der Herr ist mit dir Du bist Gebenedeit Unter den Frauen Und Gebenedeit ist die Frucht Deines Leibes Jesus Der von Johannes Getauft worden ist Heilige Maria Mutter Gottes Bitte für uns Sünder Jetzt und in der Stunde Unseres Todes Amen Gegrüsset seist du Maria Voll der Gnade Der Herr ist mit dir Du bist Gebenedeit Unter den Frauen Und Gebenedeit ist die Frucht Deines Leibes Jesus Der von Johannes Getauft worden ist Heilige Maria Mutter Gottes Bitte für uns Sünder Jetzt und in der Stunde Unseres Todes Amen Gegrüsset seist du Maria Voll der Gnade Der Herr ist mit dir Du bist Gebenedeit Unter den Frauen Und Gebenedeit Ist die Frucht Deines Leibes Jesus Der von Johannes Getauft worden ist Heilige Maria Mutter Gottes Bitte für uns Sünder Jetzt und in der Stunde Unseres Todes Amen Gegrüsset seist du Maria Voll der Gnade Der Herr ist mit dir Du bist Gebenedeit Unter den Frauen Und Gebenedeit Ist die Frucht Deines Leibes Jesus Der von Johannes Getauft worden ist Heilige Maria Mutter Gottes Bitte für uns Sünder Jetzt und in der Stunde Unseres Todes Amen Gegrüsset seist du Maria Voll der Gnade Der Herr ist mit dir Du bist Gebenedeit Unter den Frauen Und Gebenedeit Ist die Frucht Deines Leibes Jesus Der von Johannes Getauft worden ist Heilige Maria Mutter Gottes Bitte für uns Sünder Jetzt und in der Stunde Unseres Todes Amen Gegrüsset seist du Maria Voll der Gnade Der Herr ist mit dir Du bist Gebenedeit Unter den Frauen Und Gebenedeit Ist die Frucht Deines Leibes Jesus Der von Johannes Getauft worden ist Heilige Maria Heilige Maria Mutter Gottes Bitte für uns Sünder Jetzt und in der Stunde Unseres Todes Amen Gegrüsset seist du Maria Voll der Gnade Der Herr ist mit dir Du bist Gebenedeit Unter den Frauen Und Gebenedeit Ist die Frucht Deines Leibes Jesus Der von Johannes Getauft worden ist Heilige Maria Mutter Gottes Bitte für uns Sünder Jetzt und in der Stunde Unseres Todes Amen Gegrüsset seist du Maria Voll der Gnade Der Herr ist mit dir Du bist Gebenedeit Unter den Frauen Und Gebenedeit Ist die Frucht Deines Leibes Jesus Der von Johannes Getauft worden ist Heilige Maria Mutter Gottes Bitte für uns Sünder Jetzt und in der Stunde Unseres Todes Amen Ehre sei dem Vater Und dem Sohn Und dem Heiligen Geist Wie im Anfang So ab jetzt Und alle Zeit Und in Ewigkeit Amen O mein Jesus Verzeih uns unsere Sünden Bewahre uns Vor dem Feuer der Hölle Führe alle Seelen In den Himmel Besonders jene Die Deine Barmherzigkeit Am meisten bedürfen Vater unserem Himmel Geheiliget werde Dein Name Dein Reich komme Dein Wille geschehe Wie im Himmel Zu auf werden Unser tägliches Brot Gib uns heute Und vergib uns unsere Schuld Wie auch wir Vergeben uns Entschuldigen Und führe uns nicht In Versuchung Sondern erlöse uns Von dem Bösen Amen Gegrüßet seist du Maria Voll der Gnade Der Herr ist mit dir Du bist Gebenedeit Unter den Frauen Und Gebenedeit Ist die Frucht Deines Leibes Jesus Der sich bei der Hochzeit In Kana Offenbart hat Heilige Maria Mutter Gottes Bitte für uns Sünder Jetzt und in der Stunde Unseres Todes Amen Gegrüßet seist du Maria Voll der Gnade Der Herr ist mit dir Du bist Gebenedeit Unter den Frauen Und Gebenedeit Ist die Frucht Deines Leibes Jesus Der sich bei der Hochzeit In Kana Offenbart hat Heilige Maria Mutter Gottes Bitte für uns Sünder Jetzt und in der Stunde Unseres Todes Amen Gegrüßet seist du Maria Der sich bei der Hochzeit In Kana Offenbart hat Sünder Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns das Reich Gottes verkündet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns das Reich Gottes verkündet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns das Reich Gottes verkündet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns das Reich Gottes verkündet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns das Reich Gottes verkündet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns das Reich Gottes verkündet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns das Reich Gottes verkündet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns das Reich Gottes verkündet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns das Reich Gottes verkündet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns das Reich Gottes verkündet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden. Bewahre uns vor dem Feuer der Hölle. Führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Verfolge unseren Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so aufreffen. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegegeltes seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der auf dem Berg verkehrt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegegeltes seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der auf dem Berg verkehrt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegegeltes seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der auf dem Berg verkehrt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegegeltes seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der auf dem Berg verkehrt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegegeltes seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der auf dem Berg verkehrt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegegeltes seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der auf dem Berg verkehrt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegegeltes seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der auf dem Berg verkehrt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegegeltes seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der auf dem Berg verkehrt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegegeltes seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Gegegeltes seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, fühle alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Tod gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit. Oh mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle und führe alle Seelen in den Himmel, besonders jenen, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Heiliger Erzimmer Michael, beschirme uns im Kampfe, beschütze uns gegen die Bosheit und die Nachstellungen des bösen Feindes. Ihm möge Gott gebieten, so fliehen wir ihn ständig. Du aber, Fürst der himmlischen Heerscharen, wollest den Satan und alle anderen bösen Geister, die zum Verderben der Seelen in der Welt umhergehen, mit Gottes Kraft in die Hölle hinabstoßen. Amen. Heiliges Herz Jesu, erbarme dich unser. Heiliges Herz Jesu, erbarme dich unser. Heiliges Herz Jesu, erbarme dich unser. Jesus, du guter Hirt, erwecke in allen Pfarrgemeinden der Schweiz Priester, Diakone und Ordensberufe, Missionare und engagierte Laien. Wir vertrauen dir vor allem unsere Pfarrei an. Schaffe unter uns das geistige Klima der ersten Christen, auf das wir wie sie im Abendmahlssaal eine Gemeinschaft des Gebetes sein können, im liebenden Empfang des Heiligen Geistes und seiner Gaben und im verständnisvollen Miteinander, damit auch unter uns Berufungen wachsen können. Stehe unseren Hirten bei und allen Menschen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Richte den Blick der Liebe auf die bereitwilligen jungen Menschen und rufe sie in deine Nachfolge. Hilf ihnen zu verstehen, dass sie nur in dir sich selbst voll verwirklichen können. Maria, Mutter und Vorbild aller Berufungen, bitte für uns. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Besegne, behüte und erfülle euch mit seinen Gnaden, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ehrlichkeit. Amen. Radio Maria Eine gute Nacht wünscht Ihnen Radio Maria. Radio Maria Radio Maria